Herzlich willkommen im Jubiläumsjahr der Juventus-Schule. Unsere Schulen sind seit 100 Jahren ein Bestandteil der Zürcher Bildungslandschaft. Wir sind stolz darauf, dass die Stadt Zürich unser Jubiläum mit einer Teilbeflaggung an verschiedensten Orten der Stadt beehrt. Gleichzeitig mit dem Jubiläum dürfen wir auch die Eröffnung von unserem neuen Schulhaus feiern. Seit diesem Schuljahr findet der Unterricht im neuen Juve Campus an der Europaallee, gerade neben dem Gleis des Zürcher HB statt. Mit dem Bau des neuen Juve Campus zeigen wir unsere Verbundenheit mit der Stadt Zürich. Wenn die Stadt Zürich sind, können wir uns über Karma aus oscillen. Wenn die Stadt zu sehen, können wir uns über die Höhe und seine Stadt öffnen. Untertitelung des ZDF, 2020